Borussia Mönchengladbach hat einen seiner Jungstars verabschiedet. Der talentierte 23-jährige französische Mittelfeldspieler Manu Coné wechselte in der letzten Minute der Transferperiode zum Miss Rom. Dies ist ein wichtiger Schritt in Conés Karriere, der nun bereit ist, sich neuen Herausforderungen in der italienischen Hauptstadt zu stellen. Für den Spieler stellt der Wechsel einen entscheidenden Moment in seiner Profikarriere dar. Bei einer kürzlichen Pressekonferenz mit dem französischen Team äußerte sich Coné begeistert, alles ging sehr schnell. Am Donnerstag wurde ich in die Nationalmannschaft berufen und am nächsten Tag wechselte ich zur Roma. Das ist ein großer Wendepunkt in meiner Karriere, genau das, wonach ich gesucht habe. Borussia Mönchengladbach wurde schon länger mit einem möglichen Verkauf von Coné in Verbindung gebracht, bisherige Verhandlungen kamen jedoch nie zustande. Nun gewann die Roma den Streit mit dem AC Mailand und sicherte sich den Spieler. Zusätzlich zum Spiel in der Serie A wird Coné die Möglichkeit haben, in europäischen Wettbewerben zu spielen, da die Roma in der Europa League auf starke Gegner wie Eintracht Frankfurt treffen werden. Für Gladbach bedeutete Kones Abgang einen der lukrativsten Transfer der Vereinsgeschichte. Obwohl genaue finanzielle Details nicht bekannt gegeben wurden, bezeichnete der deutsche Verein die Transaktion als wichtigen Meilenstein. Die Roma wiederum kündigten den Deal als Laie mit einer obligatorischen Ausstiegsklausel an, was bedeutet, dass Coné sich bald dauerhaft beim italienischen Klub etablieren kann. Neben seiner Begeisterung über den Wechsel nach Rom feiert Coné auch einen weiteren Erfolg, seine Berufung in die französische A-Nationalmannschaft. Nach seinen beeindruckenden Leistungen bei den Olympischen Spielen wurde er von Didier Desamps in den Kader neben Bayern Münchens Neuzugang Michael Olyse berufen. Es sind aufregende Zeiten für den Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere vor einem großen Sprung nach vorne steht. Der Wechsel zur Roma bietet Coné die Chance, sowohl in der Serie A als auch im europäischen Wettbewerb auf einem noch höheren Niveau zu konkurrieren. Mit seinem Können und seiner Spielvision verspricht er, eine wertvolle Ergänzung für José Mourinho's Team zu sein. Und Sie, Fan von Borussia Mönchengladbach, wie sehen Sie den Abgang von Menuh Coné? Glauben Sie, dass er der Mannschaft fehlen wird oder dass dies eine gute Gelegenheit für den Verein und den Spieler war?